In der Februarsitzung des Südtiroler Landtags wurden drei Gesetzentwürfe behandelt. Der erste war von den Grünen eingebracht worden und konnte dank der Unterstützung aller Oppositionsparteien bei der Festlegung der Tagesordnung für die Sitzungsfolge im Plenum behandelt werden. Der Gesetzentwurf sah die Kürzung der öffentlichen Beiträge um die Hälfte im folgenden Jahr für jene Vereine, Verbände und Gewerkschaften vor, die gegen das Verbot der Wahlwerbung in den 60 Tagen vor den Wahlen verstoßen haben. Dieses Verbot gibt es bereits allerdings ohne Sanktionen. Die Befürworter der neuen Regelung unterstrichen, dass damit für ein freies Mandat gesorgt werden würde. Die Mehrheit verwies ihrerseits auf die mit der Verfassung garantierten Rechte der Meinungsfreiheit und des Zusammenschlusses. Der Gesetzentwurf wurde mit 16 Ja und 18 Nein-Stimmen abgelehnt. Angenommen wurden dagegen die Gesetzentwürfe der Landesregierung, der Gesetzentwurf Schutz der aquatischen Lebensräume und nachhaltige Fischerei von Landesrat Arnold Schuler wurde mit 32 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen genehmigt. Mit diesem neuen Landesfischereigesetz wird, wie auch von der Opposition anerkannt wurde, ein neuer auf Transparenz und Nachhaltigkeit basierender Ansatz im Bereich eingeführt. Mit der Genehmigung des Einvernehmens zwischen den Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen zur Institutionalisierung der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen befasste sich der dritte behandelte Gesetzentwurf. Dieser war von Landeshauptmann Arno Kompatscher vorgelegt worden. Besagte Konferenz ist bereits seit mehr als 40 Jahren als Diskussionsplattform der Regionen und autonomen Provinzen sowie zwischen diesen und den Ministern aktiv. Der Entwurf wurde von der Südtiroler Freiheit vehement abgelehnt, da sie negative Auswirkungen für die Südtiroler Autonomie befürchtet. Während der Sitzungsfolge wurde auch ein Beschlussantrag der SVP mit unterzeichnet von den Freiheitlichen angenommen, wonach die Möglichkeit der Nutzung des Rotationsfonds für die Wirtschaftsförderung geprüft werden soll. Angenommen wurden ebenso ein Begehrensantrag von demokratischer Parteibürgerlisten mit unterzeichnet von der Fünf-Sterne-Bewegung zur Verurteilung der Menschenrechtsverletzungen in Iran sowie ein Antrag von Perspektiven für Südtirol, den Verkauf geschlossener Höfe an Nicht-Landwirte einzuschränken.